Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und heute möchte ich gerne ein paar Geheimtipps aus der Drogerie mit euch teilen. Es handelt sich dabei um Produkte, die ihr eventuell schon von mir kennt, zumindest die ein oder anderen mit Sicherheit. Gleichzeitig möchte ich euch aber auch ein paar Anwendungstipps mitgeben, denn diese Tipps helfen euch wirklich dabei, dass die Produkte noch um einiges besser performen. Ich dachte, das könnte vielleicht ganz interessant sein und ist vielleicht ein ganz interessantes Format. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich euch damit helfen kann und bin gespannt, was ihr zu dieser Frage hier sagt. Schreibt mir gerne die Antwort in die Kommentare und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Wir starten mit zwei Mascaras und den Tipps dazu. Also zum einen handelt es sich um die Catrice Glamentor Mascara, die gleichzeitig ja ein Wimpernserum enthält und nicht nur wie eine normale Mascara funktioniert, sondern auch langfristig die Wimpern eben länger und stabiler machen soll. Ich habe euch ja schon öfter erzählt, dass ich finde, dass der Mascara-Effekt sehr schön gegeben ist. Also die Wimpern werden definiert und länger gemacht und ich finde auch eben, dass sich langfristig die Wimpern wirklich ein bisschen damit verbessern. Also es ist halt nicht ein ganz so starker Effekt wie mit einem normalen Wimpernserum, aber ich habe gemerkt, dass meine Wimpern doch deutlich stabiler eben sind und vielleicht auch minimal länger. Daraufhin hat mir jemand einen Kommentar geschrieben, weshalb ich auch dachte, dieses Video könnte sehr hilfreich sein. Und zwar, dass eine solche Mascara gar nichts bringen würde, weil die ja nicht an den Wimpernkranz sozusagen kommt, also an den Rand. Es ist selbstverständlich richtig, dass man Seren eben auch wirklich auf der Haut sozusagen auftragen muss. Und das ist auch der Grund, weshalb ich diese Mascara richtig, richtig dicht am Wimpernkranz auch ansetze. Ich zeige euch das auch gerne mal. Also ihr startet wirklich direkt am Ansatz eigentlich mit dieser Mascara. Natürlich piekst das ein bisschen, aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Und ich probiere auch immer gezielt mit der Mascara-Spitze nochmal so ein bisschen an den Rändern lang zu gehen, damit eben auch etwas von dem Produkt auf die Haut kommt. Und ein großer Favorit von mir ist ja mittlerweile auch diese Trended Up 4 Slash Boom Mascara. Und die trage ich tatsächlich immer zusätzlich noch auf. Und hier solltet ihr wirklich darauf achten, dass ihr das Produkt mit Zickzack-Bewegungen auftragt. Ich wechsle immer, also mal mache ich Zickzack-Bewegungen, dann gehe ich wieder gerade über die Wimpern rüber. Und damit kommt wirklich ordentlich viel Produkt in die Wimpern, auf die Wimpern, wie auch immer. Ihr bekommt richtig schönes Volumen damit, Länge und Definition. Allerdings schichte ich diese Mascara auf auch häufiger. Und dementsprechend können die Wimpern natürlich dann doch ganz schön verkleben. Da habe ich aber gleich den nächsten Tipp für euch. Und da möchte ich euch gerne diesen Wimpern-Kamm hier zeigen. Der ist von Tweezerman. Den hatte ich euch in einem Reel gezeigt. Und auch in der Story mal ein bisschen genauer was dazu gesagt. Das ist nämlich so ein cooles Produkt. Der ist ja etwas teurer. Gibt es gerade aktuell im dm-Online-Shop zu kaufen. Das ist halt wirklich ein Kamm und keine Bürste. Und damit kann man die Wimpern viel, viel besser definieren. Wenn ihr eben zu viel von der Mascara aufgetragen habt, geht ihr einfach nochmal mit diesem Kamm durch die Wimpern durch. Und der Kamm nimmt dann wirklich schön das überflüssige Produkt ab, ohne dass eure Wimpern gleich wieder ganz anders aussehen. Also der Effekt ist noch richtig stark gegeben, allerdings halt viel, viel definierter wieder. Mit einer normalen Wimpernbürste bekommt man das so nicht hin. Weil eine normale Wimpernbürste eben meistens das Ganze eher verteilt und auch nicht so viel Produkt dann aufnehmen kann, wie dieser Kamm hier. Gerade wenn ihr auch so ein Fan von Schichten seid, dann solltet ihr euch den anschauen. Kommen wir zu diesen flüssigen Foundations. Da habe ich hier einmal wieder die Rivalde Loop Foundation, das Hyaluron Make-up, was Feuchtigkeitsspenden und Falten und Linien kaschieren soll. Und von Trended Up, die Hydro Stay Foundation mit Hyaluron und Vitaminkomplex. Da ist außerdem ein Lichtschutzfaktor drin und das ist die Farbe 020. Ich finde beide Foundations super, habe ich euch ja schon öfter jetzt auch empfohlen. Die Rivalde Loop Foundation ist noch ganz leicht natürlicher, würde ich sagen, weil die von Trended Up etwas mehr mattiert. Allerdings auch sehr schön. Also die von Trended Up ist dafür vielleicht ein bisschen stärker in der Deckkraft. Sie sind beide aber nicht zu maskenhaft, halten recht lang und sind wirklich schöne Produkte auch für den Alltag. Gerade bei dieser Rivalde Loop Foundation habt ihr mir allerdings schon geschrieben, dass die eben abhält. Und ich habe euch da vor kurzem erst empfohlen, die wirklich immer gut zu schütteln. Dann kann die eigentlich gar nicht abhellen. Also ich hatte das auch wie gesagt einmal, danach habe ich sie ordentlich durchgeschüttelt und dann war wieder alles super. Deshalb erster Tipp bei diesen flüssigen Foundations, wirklich immer ganz wichtig, jedes Mal bevor ihr sie auftragt, richtig gut durchschütteln. Egal ob ihr sie gestern erst benutzt habt oder ob das zwei Wochen her ist, dann ist es natürlich noch wichtiger. Und was ich damit auch immer zusätzlich mache, ist sie in die Hände zu nehmen und zwischen den Handflächen zu reiben. So erwärmt sich das Produkt auch nochmal ein bisschen, es lässt sich dann besser durchmischen. Und wie gesagt, damit sollte sich eure Foundation nicht mehr abhellen. Also ich hoffe, das ist auch ein schöner Tipp für euch. Als nächstes möchte ich euch gerne von Garnier nochmal diesen Sonnenschutz empfehlen. Das ist ein Sonnenschutzspray, soll einen Lichtschutzfaktor von 50 haben, außerdem mit Hyaluronsäure angereichert sein. Und dieses Spray kann man einfach über Make-up auftragen. Auch das ist wirklich ein Game-Changer, finde ich, weil gerade im Sommer natürlich Sonnencreme super wichtig ist und auch tagsüber immer nachgetragen werden sollte. Ich trage meistens aber auch im Sommer ganz gerne mal ein bisschen BB-Cream oder Concealer und dann kann man natürlich so eine Sonnencreme nicht einfach da drüber schmieren. Mit diesem Sonnenschutz ist das möglich, indem ihr wirklich das einfach drüber sprüht. Der Nebel ist wirklich sehr fein, wie ihr seht. Ich persönlich finde den Nebel wirklich super angenehm, auch auf der Haut. Bei mir persönlich ist es nicht zu fettig, nicht zu klebrig oder sonst was. Habe ich allerdings auch schon von ein paar Leuten gehört. Nur der Duft ist ziemlich aufdringlich, auch gerade dadurch, dass das natürlich ein Spray ist, atmet man den ziemlich doll ein. Und auch hier ein ganz wichtiger Tipp, wenn das für euch zu fettig ist, auch immer darauf achten, das Produkt gut durchzuschütteln. Vor jedem Auftragen, ganz wichtig wirklich. Vielleicht macht ihr das ja auch nicht und dementsprechend bilden sich so zwei Phasen und ihr tragt dann nur eine Phase auf eurem Gesicht auf. Das kann dann genau diese fettige, ölige Phase sein. Also wirklich gut durchschütteln, auch wirklich mehrere Sekunden, nicht nur ganz kurz. Und dann sollte das damit auch gut funktionieren. Ein weiteres Produkt von Trezerman ist diese Wimpernzange. Auch die kann ich euch sehr empfehlen. Es gibt natürlich auch günstigere Wimpernzangen in der Drogerie. Die sind für den Einstieg sicher auch ganz gut. Das ist eine sehr, sehr hochwertige. Ich finde die vom Design her auch super schön. Auch die hatte ich euch bereits auf Instagram gezeigt in einem Reel. Aber eine Wimpernzange zu benutzen, ist nicht der einzige Tipp von mir. Ich habe vor kurzem eine sehr, sehr coole Anwendung bei Mrs. Bella gesehen. Und zwar braucht ihr nicht nur die Wimpernzange, sondern am besten auch noch so ein transparentes Augenbrauenwachs. Das hier gibt es jetzt nicht in der Drogerie zu kaufen, soweit ich weiß. Aber ich glaube, es gibt ähnliche Produkte dort. Ihr benutzt die Wimpernzange wirklich ganz gewöhnlich und geht dann mit einem Bürstchen hier einmal in dieses Augenbrauenwachs rein. Und das tragt ihr dann, während ihr die Wimpernzange in euren Wimpern drin habt, auf eure Wimpern auf. So werden die noch automatisch weiter nach oben gebogen und gleichzeitig fixiert, was den ganzen Effekt eben noch viel stärker macht. Gerade diejenigen, die vielleicht wirklich sehr gerade stehende Wimpern haben, brauchen ja eben diesen Schwung oder möchten den zumindest meistens haben. Und ich finde, damit klappt das wirklich sehr, sehr gut. Auch Mrs. Bella hat dazu, glaube ich, ein Reel gedreht und ich finde den wirklich super, den Tipp. Weiter machen wir mit einem Tipp, den ich von euch bekommen habe. Und zwar handelt es sich hier um diesen L'Oreal Super Liner. Das ist einmal die alte Version und dann noch die neue. Und ich hatte euch erzählt, dass ich super schade finde, dass der Super Liner überarbeitet worden ist. Also die alte Version hatte wirklich eine richtig schöne Spitze, mit der man auch richtig schön spitze Lidstriche ziehen konnte. Die neue Version hingegen hat eine neue Spitze, mit der es eben nicht mehr so gelingt. Da werden die Lidstriche eher ründlicher. Und das fand ich super schade. Daraufhin habt ihr mir den Tipp gegeben, die Spitzen einfach auszutauschen. Ich habe das tatsächlich gemacht, bin da mit einer Pinzette rangegangen. Man muss schon ein bisschen vorsichtig sein. Es kann schon ganz schön kleckern. Und es hat funktioniert. Übrigens sieht man so erstmal gar keinen großen Unterschied, muss ich sagen. Also die Spitze sieht eigentlich komplett gleich aus. Aber sie ist wirklich im Auftrag anders. Wenn man die Spitze dann gewechselt hat, kommt zwar nicht mehr ganz so viel Farbe rauf, aber trotzdem genügend, sodass man sie noch gut verwenden kann. Mit dem neuen Farbinhalt eben. Vielleicht habt ihr ja auch so einige Produkte, die erneuert worden sind oder bei denen es eben möglich ist, die Spitzen zu wechseln. Wofür auch immer. Vielleicht könnt ihr es ja irgendwie gebrauchen. So, und dann habe ich hier noch einen Tipp bezüglich Shampoo. Das ist ja aktuell mein liebstes Shampoo aus der Drogerie und zwar aus der Hair Biology Reihe. Das Shampoo mit Rosenwasser und Mietzellen. Es soll für einen fettigen Ansatz und geschädigte Spitzen geeignet sein. Aus der Hair Biology Reihe ist es tatsächlich das einzige Produkt, was ohne Silikone auskommt. Und deshalb finde ich es auch so toll. Da sind auch jetzt keine Farbstoffe und keine Mineralöle drin. Auch sehr schön. Es sind allerdings Sulfate enthalten. Das hatte ich euch auch schon gesagt. Darauf achte ich allerdings weniger. Also mir ist es sehr wichtig, dass eben keine Silikone drin sind. Es ist ein Shampoo, was wirklich super schön angenehm frisch riecht. Gerade in den Haaren. Da riecht es noch besser als in der Verpackung. Hier kann ich euch sagen, Shampoo bitte immer nur am Ansatz anwenden. Das ist wirklich ein Tipp von mir, den ich gerne mit euch teilen möchte. Wenn ich im Friseursalon erzähle, dass ich das so mache, bekomme ich auch regelmäßig Lob dafür. Weil die meinen, genau so soll man Shampoo anwenden. Also bitte nicht auf den Längen und Spitzen verteilen. Das greift die Haarstruktur viel zu sehr an. Ihr braucht es wirklich nur auf der Kopfhaut. Und wascht ja dann eh das Produkt nochmal aus, sodass es in die Längen und Spitzen automatisch kommt. Und das reicht völlig. Außer ihr habt vielleicht eine sehr, sehr reichhaltige Maske aufgetragen vorher, die sich nicht so leicht auswaschen lässt. Dann kann man das ruhig mal machen, dass man auch ein bisschen Shampoo auf die Längen und Spitzen gibt. Aber ansonsten wirklich meine große Empfehlung an euch, nur auf dem Ansatz auftragen. Hier steht ja jetzt zwar drauf, dass das auch speziell für geschädigte Spitzen geeignet sein soll. Da bin ich allerdings eh immer ein bisschen skeptisch. Also ein Shampoo soll reinigen und zwar den Ansatz, beziehungsweise die Kopfhaut. Ja, für Längen und Spitzen hat man dann Spülung oder Maske und Kur. Also ja. So meine Lieben, und das war es dann mit dem Video. Ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, lasst mir doch sehr, 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 sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und nun wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.